Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um die vier Grundelemente der Liebe nach Erich Fromm. Dieses Video soll dir helfen, weg von dem Gedanken zu kommen, dass Liebe einfach passiert in deiner Beziehung, dass sie einfach da ist oder nicht da ist, dass es Glück ist, ob es gut läuft und soll dir helfen, dahin zu kommen, dass du merkst, dass Liebe aktiv einbringbar ist in deiner Beziehung. Erich Fromm war ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe und hat sich viel mit dem Thema Liebe beschäftigt. Er hat auch einen Bestseller geschrieben, Die Kunst des Liebens, der kam sogar schon 1956 auf den Markt. Das Interessante an dem Buch ist, dass es vor über 60 Jahren erschienen ist und dass man heute immer noch Ideen daraus nehmen kann, die für einen wertvoll sein können. Lass uns doch mal anschauen, was es ist. Fromm hat etwas sehr Interessantes über die Liebe gesagt. Er sagte, Liebe sei kein Gefühl, den man einfach so ausgesetzt sei, sondern eine Fähigkeit, die man lernen, üben und ein Leben lang verbessern kann. Wenn das stimmt, dann wäre das natürlich eine sehr interessante Information für all die Menschen, die gerade in einer Beziehung sind und natürlich auch für die, die jetzt gerade nicht in der Beziehung sind und uns gerne mal wehren. Und zwar sagt es uns ja, dass wir aktiv daran beteiligt sind, wie viel Liebe wir in unserer Beziehung haben. Und jetzt lass uns mal anschauen, welche vier Aspekte er da vonnöten sieht. Fromms Grundelement Nummer eins für die Liebe als Fähigkeit ist die Fürsorge. Und wenn man in den Duden schaut, was Fürsorge bedeutet, dann steht da, es ist die tätige Bemühung um jemanden, der ihrer bedarf. Und Fromm selbst definiert die Fürsorge als tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Und du siehst, in beiden Definitionen geht es um die tätige Bemühung oder die tätige Sorge. Es geht also darum, aktiv zu werden in der Beziehung. Fromm hat auch gesagt, man liebt, worum man sich bemüht. Und man bemüht sich um etwas, das man liebt. Das ist eine sehr interessante Aussage. Ich selbst habe auch mal ein Video gemacht zum Thema mehr geben oder mehr nehmen in der Beziehung. In dem Video habe ich gesagt, es würde vielen Menschen gut tun, mal mehr in ihre Beziehung hinein zu investieren. Und das basiert auf dem gleichen Prinzip wie Fromms Aussage. Denn wir wertschätzen die Dinge mehr, um die wir uns mehr bemühen. Wenn dich das Video interessiert, dann kannst du dir das hier gerne mal anschauen. Grundelement Nummer zwei ist das Verantwortungsgefühl. Und darin sieht Fromm die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse und die Anliegen des Partners zu antworten. Das heißt, da zu sein für den Partner, wenn er einen braucht. Ich habe auch schon ein Video gemacht zu dem Thema unsere sechs Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Und die ist auf dieser gleichen Prämisse aufgebaut. Unser ganzes Leben ist darauf aufgebaut, welche Grundbedürfnisse bei uns wie stark ausgeprägt sind. Und eine unserer Aufgaben in der Beziehung ist es halt, nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse zu bedienen, sondern auch die Bedürfnisse unseres Partners oder unserer Partnerin. Wenn dich das mehr interessiert, dann kannst du auch dieses Video hier oben einmal anschauen. Grundelement Nummer drei für Fromm war die Achtung vor dem Anderen. Und Achtung und Respekt ist wirklich einer der Grundpfeiler jeder harmonischen Beziehung. Dem Thema haben sich sogar zahlreiche Studien gewidmet. Unter anderem der Beziehungsforscher John Gottman. Der hat nämlich festgestellt, dass Wörter und Taten der Verachtung, das ist das Gegenteil von Achtung, in einem Streit vorhersagen kann, dass ein Paar sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit trennen wird. Auch dazu habe ich ein Video gemacht und da habe ich wirklich ganz genau aufgelistet, was gesagt wird oder was getan wird, woran man erkennen kann, dass ein Paar zusammenbleibt oder nicht zusammenbleibt. Wenn dich das interessiert, schau dir das mal an. Das war sehr, sehr beliebt bei meinen Zuschauern. Zu dem Thema Achtung gibt es übrigens noch mehr zu sagen. Fromm hat auch gesagt, Achtung vor dem Anderen ist es, wenn man den Anderen um seiner selbst willen zu Entwicklung und Wachstum unterstützt. Das ist insofern relevant, weil wir meistens unseren Partner ja so verändern wollen, dass er zu uns passt. Aber in der Liebe und in einer harmonischen Beziehung geht es halt auch mal darum zu überlegen, was geht eigentlich in meinem Partner vor und dann zu sagen, ich unterstütze ihn, wie er sich entwickeln möchte. Denn das Bedürfnis nach Wachstum haben wir alle. Übrigens, das Thema, sich mal zu überlegen, was geht in meinem Partner vor, bringt uns jetzt auch schon zu Grundelement Nummer 4 und zwar der Erkenntnis. Fromms Aussage nach geht es nämlich zum großen Teil in Partnerschaften darum, den Partner zu ergründen. Es geht also um den Willen herauszufinden, was in dem Kern der Person schlummert. Der Wunsch, den Partner zu verstehen. Nur so kann man seinen Partner seiner Meinung nach wirklich achten. Du siehst also, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir unserem Partner zeigen, das will ich und das brauche ich, sondern dass man sich in erster Linie überlegt, was braucht eigentlich mein Partner. Ja, was geht in ihm vor und wie kann ich ihm Gutes tun? So, lass uns doch mal unsere Gedanken nochmal ordnen. Fromm sagt also, Liebe ist eine Fähigkeit und nicht ein Gefühl, was einfach so passiert. Und vor allem sagt er, dass diese Fähigkeit über die Dauer einer Beziehung entwickelt werden sollte. Und aus diesem Grund schlussfolgert Fromm, dass es nicht darum geht, den perfekten Partner zu finden oder den eigenen Partner so zu formen, wie man es braucht, sondern wieder mit mehr aktiver Liebe an die Sache heranzugehen, besonders auch bei sich selbst. Seine Aussagen sind natürlich kontrovers. Es gibt aber auch einige Studien, deren Ergebnisse seine Aussagen unterstützen. Und zwar hat die Forschung festgestellt, dass wenn jemand sich scheiden lässt und in eine neue Ehe eintritt, dann ist das erneute Scheidungsrisiko 5 bis 10 Prozent höher als bei der ersten Scheidung. Das bedeutet also, jemand ist seinen ersten Partner losgeworden oder wurde getrennt natürlich. Das heißt, man hatte jemanden, wo man sich gesagt hat, das passt nicht wirklich, hat sich also ein neues Objekt der Liebe genommen, wo man sagt, da passt es besser und dann geht es auch mit der Beziehung besser und das Scheidungsrisiko ist noch höher. Das ist ein kleines Indiz dafür, dass es nicht darum ging, dass es vielleicht das falsche Objekt der Liebe ist, so wie man sagt, also der falsche Partner, sondern dass es darum ging, wie die Person Liebe aktiv praktiziert hat in der Beziehung. So, das Ganze wirft natürlich jetzt so einige Fragen auf. Als Single fragt man sich, wie soll ich mir jetzt gar nicht mehr so den perfekten oder den richtigen Partner für mich suchen, sondern einfach irgendjemanden nehmen? In der Beziehung fragt man sich vielleicht, okay, sollte ich jetzt gar nicht mehr aktiv daran arbeiten, dass die Partnerschaft besser wird, sondern einfach es so sein lassen, wie es ist und mehr lieben? Ich kann dir ja mal meine Meinung zu der ganzen Sache sagen. Grundsätzlich ist es so, ich sage trotzdem, such dir den richtigen Partner für dich aus. Wenn du mit jemandem zusammenkommst, der überhaupt nicht zu dir passt, dann wird es auch mit ganz viel praktizierter Liebe schwierig werden in eurer Beziehung. Das heißt, du bist jemand, der dein ganzes Leben lang durch die Welt reisen will und du kommst zusammen mit jemandem, der zu Hause auf der Couch sitzen möchte in Brandenburg und jeden Abend grillen möchte, das wird nicht funktionieren. Deswegen grundlegend ist es immer noch dieses Thema, such dir jemanden aus, der zu dir passt. Überleg dir, was brauche ich und such dir jemanden, wo du ähnliche Dinge siehst. Gleichzeitig ist es aber auch nützlich, mal von Fromms Seite darauf zu blicken, und zwar, weil wir niemals den perfekten Menschen finden werden. Es wird niemals einen Menschen da draußen geben, der jedes einzelne Bedürfnis perfekt von uns bedienen wird, den wir immer zu 100 Prozent zu jeder Tageszeit attraktiv finden werden. Der wird niemals zu 100 Prozent immer unsere Meinung sein. Und da gilt es dann wirklich mal aktiv an die Sache ranzugehen, mit Fürsorge, mit Verantwortungsgefühl, mit Erkenntnis und allem, was Fromm postuliert hat und was ich dir in diesem Video gezeigt habe. So, und jetzt ist mal deine Meinung gefragt. Siehst du es genauso wie Fromm? Liebe ist eine Fähigkeit, die man entwickeln kann, die man trainieren kann, und es ist quasi eine aktive Handlung in der Beziehung? Oder sagst du, nein, das ist alles Quatsch. Liebe ist und bleibt ein Gefühl. Deine Meinung würde mich interessieren. Wenn du eine Meinung dazu hast, hau sie gerne in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was da alles zusammenkommt. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Das hilft mir wirklich, meine Mission weiter voranzutreiben. Denn du hilfst mir, dass die Videos sichtbarer werden und dass wir so mehr Menschen erreichen können, sodass mehr Menschen im deutschsprachigen Raum eine glückliche Beziehung führen können. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Wissen wirklich helfen kann, dann teil dieses Video gerne mit dieser Person. Denn damit ermöglichst du eine Person, die ich sonst nicht erreichen würde, sich in ihrer Beziehung zu entwickeln. Und wenn du jetzt noch jemanden kennst, der sagt, ey, ich brauche Hilfe in Sachen Beziehung, dann schick die gerne auf meine Webseite ramon-schlembach.de Das verlinke ich dir auch nochmal unten in der Box. Dann kann die Person sich bei mir melden. Ein Erstgespräch ist kostenlos. Und dann schauen wir mal, ob ich der Person helfen kann.